Titi habe ich auch gefragt, gell, wo er kommt. Der Titi. Titi, habe ich gefragt, ja. Ist er wieder beschäftigt, oder was? Ich habe vorher Rapid Fire Tasten, weißt du das? Pass nicht auf, dass es uns ausgespringt. Ja, was ist mit ihm? Er hat nichts geschrieben. Ah, so eine Null. Rapid Fire. Läuft auch nichts, wenn ich was für ein Schuh so. Obwohl, Teufel. Schreibt gerade mit einer, gell? Mhm. Und jetzt sind wir gerade beim Thema Haushalt und Kochen, gell? Und sie sagt, jetzt halt dich fest, klar, Suppe kann ich schon mal kochen. Das geht schon. Und ich so, Suppe? Und sie so, ja, sogar mit Boodle. Aber sie wohnt Hotel Mama. Ach so. Bring mal, ob sie eine Lieberkasse mit einem Arzt anbringt. Ja, Pfei, dafür, das kannst du nicht mehr fressen. Wenn ihr Freie nicht vorbei, kein Lieberkasse. Einladung. Einladung. Ja. Eins zu. Einladung. Ist das schon noch gar nicht gestartet, oder was? Pfei, hei, hei. Zug erstellen. Dr. Frantik. Kann ich sein, dass der gar nicht mein Freund ist? Wer? Der Titel? Ja. Ich bin ja die Gäste rausgeschmissen hat, da nicht mehr. Dann werde ich mich rausgeschmissen haben. Das sind Riede, das ich wahrscheinlich mal nicht. Buhahahahahahaha! Du musst doch singen in der Liste, ob er drin ist oder nicht? Nein, steht nicht mehr drin. Mein Name ist Titi. Waaaii, Titi! Fecht. Fecht! Espe! Mann, bist du wieder ein fauler Sack, das könnte nicht wahr sein. Mein Gott. Das Ladegerät ist schon gut gesteckt. Hallee, das steckt schon. Steckt da tief drin? Das Testflug macht mit dem Phantom. Nein, ich muss erst den Stecker umladen. Achso. Also an dem könnte man praktisch noch scheitern. Klop, nein, das hat sie erschossen. Obwohl du mich auch verletzt oder sowas, ich weiß gar nicht. Nein, ich schaue extra mal drauf, dass ich es richtig mache. Auf geht's. 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 Wir sind mal. Plan C! Plan C! Was machst du da hinten? Geh mal irgendwo! Da! Oh ja! Ich bin da hinten! 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 Ton! Was hast du da gemacht? Nichts! Ich bin da hinten! Ja! Und... Ich bin da hinten! Ja! Ich bin da hinten! Und meine Argusrücken! Meine Lipo-Papier-Kinder! Ja! Die waren wohl! Ich glaube, ich hab nur drei Stück mal los! Ja! Du musst dein Pfand ja mit dir was! Ja gut! Wenn wir da hinten, kannst du Flam dann schon auf jeden Fall! Weil das brauche ich mit Blackout-Unflecken oder sowas! Also kannst schon, weil das ist... Das ist... Das ist... Das war netzer! Ja! Ich kann fliegen! Mhm! Bin mal gespannt! Hast du sowas gepostet? Nein! Was ist gepostet? Darf mir mal unterwegs sein? Nein! Kann ich mich daher einfach laufen oder was? Kannst ja machen, ja? Zumindest weil man drei Beine, da wo man hinten bleiben kann! Pfff! Ha! Ich schau ja über meine Gruppen rein! Das freut mich aber! du bist schon dort ich bin schon dort mit der info und ich habe die ganze zeit also morgen morgen die kopf das bis ich bin bereit ich bin bereit morgen 15 uhr unter die stromleitung da wollte ich mein probe so schäfer also und die platz oder hunde und die platz heißt das teil oder hundeplatz jetzt geht's los ohne pläschel ohne los nachricht dies holt allein bitte halten sie die lege ja was ist wieder für einer immer mehr taktik taktik mit drei klick Auf der Lötz, dann wär wieder was vorbei, oder? Na ja, mal campen, so weit du. Na? Na? Früher war ich Camper. Ah, Kurvengeschwindigkeit, der Wahnsinn, du. Guck da, sag, warum mach ich's mehr? Da unten hat ihn da schon wieder an der Spatzentscheid. Nein, 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 da hat er nichts. Wo sind sie da? Die ganze Wichser. Ah, da kann ich. Ich glaub, man muss das mal falsch verteilt, irgendwie. Zu besser, schaut. Ich muss ihn da hinten verstecken. Oh ja, alles gut. Ah, zweit zu hoch. Gibt es noch mal einer von mir vorbei, oder was? Boah, jetzt hab ich gut rassen, dann steh mir jetzt erst ein Stück der Obers auf. Und der Mann da, der hat ein U-Boot, oder was? Der Campernhof. Hä? Das war doch der richtige Name, der in der D. Campernhof. Nicht nur der Blume, sondern der Camper. Richtig. 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 Oh, als hat der den zerschossen da rechts. Kommst zu irgendwas. Was machst du denn, Mütter? Scheiße. Jetzt zurück von der Wichser. Ah, scheiß Haus. Und wollert natürlich fast nicht. Das ist bis ganze Ort mehr als wirklich. Ah, das können wir doch alle gar nicht mehr sagen. Was ich so erinnere, ich darf das, weil ich kann nur Phantom fliegen. Phantom. Mit F. Phantom. Ich kann nur Phantom fliegen. Und nur im GPS. Nur. Aber ich kann das. Ich kann das, ja. Ich kann fliegen. Kann ich aber sehr gut. Jetzt kommt es hinten ganz toll. Jetzt haben wir noch da vorne dringelt. Oh, verstehst? Irgendeiner bei unserer Base ist natürlich mehr. Der kommt da. Doch, ich? Ich? Der hat einen Daubos. Verteidigung. Geht ja so schnell. Ah, scheiße. Wo ist es? Der ging frei durch ihre Panzerung. Wir haben sie bös erwischt. Bin ich geholfen. Ah, du Scheißkinder. Du bist gesprochnet. Gratuliert. Gratuliert. Was war denn das jetzt? Ach, war ich der letzte oder was? Und? Na, ich hab's gescheites da auch. Tausendmal hat's passiert. Denn tausendmal ist nichts passiert. Wir sind schon wieder auf EU1, gell? Ja, macht das was? Wahrscheinlich. Ich denke mal, dass auf EU2 wahrscheinlich mehr Noobs sind. Warum? Denk ich mir halt so. Ja. Aber du weißt ja... Ja, Einwildung ist auch eine Bildung. Ich glaub's mir ist bloß eine Bildung. Was macht die Dobra? Ich doch. Muss ich nicht. Ist der schon starker für morgen auf 8 um 8 oder was? Warum? Auf 8 um 8? Ja, weil du da dann das vorsprechen musst. Ach so. Stimmt, genau. Los geht's! Hallo, liebes Doktor von dem Team. Der Doktor Frank kann heute nicht. Deswegen bin ich heute hier da. Ich mach heute die Verlosung für euch. Ich hab's ja eh nix. Ist doch gehört. Du bist doch optimal dafür, so als du auch schaust. Die LiPo kam in die Tüte für die Mühltüte. Wie? Wie schaust du aus? Siehst du wieder aus? Siehst du wieder aus? Wenn ich mich nicht verlachen hätte. Siehst du aus? Ja, fast. Jetzt weibst du hin. Ja, so die hat ja Basis da hinten. Ja. Bist du sicher, dass das nicht unsere ist? Ja, die ist ja nicht grün, oder? Okay. Dann dritte, dann dritte. Du bist doch in die Anderen. Kommst du zu uns auch, oder was? Kannst du immer gerne so richtig hart nicht gehen. Skavier, weil die Kugel sind alle. Nur macht's nur so. BAM 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 BAM. Aber es geht schneller zusammen, schon zu drittigstes. Ja, jetzt warte mal. Bei oben der gegnerischen Basis. Da, 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 da. Wow. SOS. Nein, hatte der Gurschen mit dem Scheiß SOS. 40. Negativ. Verstanden? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da. Da, da, da. Die stecken. Da, da, da. Da muss der überminuten darstellen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das wurde ja wieder klar, dass der auf meine Seiten kommt. Ja, ja, so. Seine 3-Bahnverdauerung will man da wegdauern. Das kann denn die essen, oder? ich bin tot naja also ja gut auf wiedersehen und auf wiedersehen das war heute super super ich glaube ich hole mir jetzt einen schokomuffin ach ich habe mir noch alles vom weg weißt du warum weil ich habe mir die waage nicht ausgepackt hast du mir so alles noch wegfressen wie fast der fisch da ist genau am besten noch ganz viel und da tun wir noch ganz viele tosen da schnell schicken und dann mache ich in der fischstelle merft hoch wenn ich auch von der schüssel runtergehe und dann hallo hab ich abgenommen durch schlafen nimmt mir ab ja der jamie war heute der brüller rechts jetzt hat er bestimmt was empfohlen so ja jetzt könnte man das rapid fire ausprobieren hast du das geht? nein mach doch ich muss mich auf die zeitlinie und wenn er banzer schädig auf die zeitlinie das geld weiß nicht und sie konnte auf es ist so besser wie die meisten das geld schon aber es hilft auch nichts, wenn es noch nicht dauert richtig da kann sich noch nicht wieder wieso musst du schon mit den 49% naja ich habe noch 189 oh, ich bin schon noch nicht ich werde es aber nicht zufrieden haben nein 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 ausführung gehen das ist doch unbedingt das komische was ist denn das geschütztun mit dem oder? mhm schon geil dat wirkungs treffer wirkungs treffer der ging voll durch ihre panzerung also Moment, ich hoffe gerade was macht wirkungs treffer der ging voll durch ihre panzerung joa vh 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 Tja, ging frei durch ihre Panzer rum! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Naja, ich bin jetzt so einer. Der Doppelöl ist eine alte Siegel-Design-Mobil. Ich hab's mir geschaut, dass er nicht genau so schnell ist. Nein. Nein? Die haben aber viele hübschen Freunde in dem Unschmarr. Ich weiß nicht, was die an den Fähnen dann. Okay. Du solltest aber dazu wissen, weil der Doppelöl, das ist eben so einer. Ah, ähm. Der macht mir einfach... ...dopelölöl. Ähm. Das ist eher so bla bla mit dem Schwertschirm. Okay. Was weiß ich mal? Schmerzer. Ja. Ich bin so und so und ich bin das und das und das. Bla bla bla. Weißt du das? Mhm. Und am Ende vom Lied ist es dann... ...und er ist Band-Singer und was... ...das ist alles. Band-Singer. Ja, ja. 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 Ja, ja, ich hab's nicht so anders. Ja, ja. Bin ich jetzt auch nicht so gut, ne? Ah nein, das war meiner! Ja. Ja! Jaa! Ja. Wirds so schön, sinds so schlau, sinds so schlank und rank. Alles wartet auf dich! Ja! deutschland deutschland ohne schmarrn haben wir in der schule gesessen und dann der ich weiß gar nicht war das der ding na na in der dritten klasse war das und uns und unser lehrer der kuhn ja heute haben wir musik und blablabla heute lernen wir die deutsche nationale in die gold meint hatte zettel aus das passte aber nur weil die deutsche nationale und die hotze seitdem die kindert wenn du meinst los geht's ja dann haben wir halt laut heiße singen wenn du den klassen singen deutschland deutschland die war alles das sind die er aber Der war so super, der hat den ganzen Tag geschlafen. Ok, genau. Jetzt sind wir früh und in der zweiten Stunde hat er sich Schlaftabläcke in den Frühfall zwei Stück und dann am Tischblatt fahren. Ja, super. Dann hab ich aber schon wieder gehabt. Ach so. Dann haben sie pensioniert oder was? Genau. Oh, da vorne, da vorne direkt vor deinen Nosen. Wirkungstreffer. 150, 107. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was? Wirkungstreffer. Oh, gerade der Wirkungstreffer machen kann wirklich einen Schaden. Das gibt's ja nicht. Wollen wir jetzt einen Kaffee? Das brauche ich jetzt halt. Ja, jetzt schon wieder mit dir. Zockas. Boah. Ja, das ist ein Flissen. Komm, der ist zu raus. Alter. Ich hab eine Flucht. Nein. Ja. Ja, das war's für uns. Raus hier. Ja. 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 Bleibt dann wieder. Ja, den der weiß, was so lustig ist. Hallo? Hallo? Was denn da? Ich bin jetzt schon wieder. Kamler ist da oder was? Ich bin nur der Muffin verschluckt. Ja? Oder na? Hä? Ich bin soweit. Ich muss die Asse gehen zur Garage. Wie war es denn da geht? Mit dir? Mit Titi da oder was? Hallo Titi! Der kommt nicht mehr. Ja, wer auch nicht. Der hat mir als Freund gelöscht. Entfernt. Was nehme ich noch? Ja, musst du wissen, was du nimmst. Dann nehme ich halt das 2er Flack. Gut. Oder liegt das wirklich an dem Flack nahe? Ja, das macht so alles, was auch so ist. Das ist ja... So fällt einfach die Kohle. Damit setzt halt Spölen ohne Ende oder Gold investieren. Eins von beiden. Bis zu 700 Meter Funkreichweite. Mhm. Wie kostet das? Was ist das? Keine Ahnung. 1500. Boah. Halt los. Die Erfahrungspunkte sind ja aber das Problem, glaube ich, oder? Ja. Das ist es aber. Das ist das Problem, junger Mann. Richtig. Ne, danke, Hein. Ich mach den Penizer 5 an 1 zu gehen. Ja. Hahaha. Hahaha. Die 5 Cent, probierst du nicht. sogar geschenkt. Ja. So nett bin ich. Ich darf ganz gefasst, dass ein Offen-Dress macht, aber naja. Bewegung! Ich soll dir aber was sagen, ich hab das gar nicht genau angeschaut, die Alte. Hm? Da wenn ich den Lader auch so gezogen hätte, für 34.0 was, gell? Und hätte es für 34.0 was und nassig nur noch gezielt, oder? Hm. Ja, die Gute ist. Ja. Die hat auch so komisch gekriegt, eben. Toa. Soll ich zum Beispiel schon auf jeden Fall. Na ja, gut. Wenn man seine Worte drauf hat, in dem Alter. Da soll ich nicht mehr, dass der gewinnen ist. Ja, jene will ich auf jeden Fall. Echt? Ja, für alle. Bestimmt sogar drei Jahre. Okay. Ja, für jeden Fall nicht. Das kannst du vergessen. Bitte ins Gefecht mit dir. Was machst du schon wieder? Das kannst du spazieren. Ich meine, wir springen Railroad Titan. Was springen wir? Railroad Titan. Oder wir können mal Euro Truck Simulator spielen. Hm. Wir könnten einmal Landspielerschaftssimulator spielen. Oh, das habe ich schon mal gespielt. Das ist so schinkenlangweilig. Langweiliger geht es gar nicht mehr. Weil ich viel zu haben meine Hulu abgedreift, gell? Nein, das OP, den könnten wir mal spielen. Dann musst du aber... Ah, Bullshit. Das gibt's doch mal. Dann sollst du doch gleich die Kartoffeln zacken. Leck mal. Das war so interessant. Dann hat die Kartoffeln umeinander gerollt. Weil die waren so absurd, die Kartoffeln. Mach das zusammen, jedenfalls. Ah. Steuern, steuern unmöglich. Panzers unterstützt. Ja. Wie fix. Schau, mein Lux schon wieder wird dies. Sente nur, der bossa nuva.